Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier nochmal aus Mugello zum Toscani Grand Prix und ich freue mich wirklich, dass ihr das eingestellt habt. Heute ist das Rennen dran mit einer XXL Ausgabe vom Race Review oder ja vom Rennrückblick von gestern. Da gab es einiges und da habe ich auch einiges zu erzählen und zu sprechen und hier haben wir nochmal live von Mugello Toscani. Die Strecke ist mega cool, hat mega Spaß gestern gemacht und sie ist halt auch eine der alten Schule. Für mehr Infos über die Strecke selbst schaut gerne oben rechts vorbei. Das ist die Hot Lab von gestern, abonniert euch gerne den Channel kostenlos und gebt es gerne ein Däumchen oben, falls euch das Video gefällt. Auf dem zweiten Kanal kommt dort leider kein Video, dafür morgen geht es dann da weiter mit der Michael Schümerer Karriere. So la, schaut euch gerne auf Instagram, Twitter und TikTok vorbei, würde mich auch freuen. Und los geht's jetzt, hier haben wir nochmal den Anflug. Ich habe wieder einmal dreigenommen, was es auf YouTube gab von 2019. Wie gesagt, ich meine, ich konnte so auf die Schnelle nichts derartig Vergleichbares finden. Wir starten zwar von der Pole, aber ich habe mich komplett zurückfallen lassen mit Hültenberg mit dem 2017. Wer das Qualifang nicht gesehen hat, das gibt es auch oben rechts, die Mega Season Quali, also Training plus Quali und Defense Talk. Der kommt auch oben rechts, also schaut auch gerne vorbei. Und wir sind unten links, habt ihr eine kleine Tabelle, wo wir, was wir fahren gerade. Und jetzt sind wir letzter. Und ja, das Ding ist halt, wir haben alle den Renault und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und jetzt bin ich da schon ein bisschen im Letzten dran. Und ja, die Bremsen halte ich sehr, sehr früh. Das werden wir auf der Gerade nachher noch sehen. Der hat uns ein bisschen gebounced. Das Auto hat ein sehr, sehr leichtes Heck. Und deswegen, ja, habe ich auf der einen oder anderen Situation vielleicht jetzt nicht gerade die beste Linie. Oder vielleicht auch manchmal einen Wegdreher oder zu spät eingelenkt oder so. Liegt auch dran, ja, hier seht ihr es auch wieder. Das liegt auch dran natürlich, dass ich die Strecke nicht so perfekt kann. Ja, genau. Er drängt uns hier regelrecht von der Strecke Rad an Rad hier durch die Araviata-Kurven. Ja, da geht es ein bisschen ins Kiesböck, aber das ist nicht allzu schlimm, weil das Kiesböck hier in Forza 7 eigentlich nicht so schlimm ist, muss ich sagen. Das Rennen an sich, höllisch genial. Aber ich möchte hier noch ein bisschen, noch ein bisschen durch die Runde hier gleiten. Ich möchte auch nachher zum Schluss noch ein paar Worte sagen und dann geht es eine Woche Pause mal. Und dann geht es nach Russland, nach Sochi, auf einer der besten Strecken, wie ich finde, im Kalender. Dann kommt noch Portugal, die Strecke habe ich noch nirgendwo gesehen. Huch, ich muss hier richtig vom Gas runtergehen, dass ich ihn nicht draufhau. Und schaut euch das mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die sind alle so langsam hier. Wir haben einfach mal alle, also wir haben da einfach mal fünf und eines in die Box noch abgebogen. Also ich weiß nicht, warum einer in der ersten Runde in die Box erbietet. Ihr seht es auch links da oben. Man muss mindestens einmal in die Box fahren. Wir werden es zweimal heute machen. Also ich möchte natürlich nur auf Nummer sicher gehen. Und wir werden noch leider keine roten Reifen bekommen. Ihr seht es auch hier, die Reifen sind jetzt schon ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob wir beim Boxen überhaupt neue Reifen bekommen. Aber ja, das werden wir da nie sehen. Das Auto ist ein Wahnsinn. Man hat 11.000 Umdrehungen. Und wir kommen hier wunderbar rein. Zack, in diese schnelle. Rechts, links. Ja, mir hat es weggedreht, aber ihm ist nichts passiert hier. Nein, er bleibt hier hinter uns. Und wir kommen hier perfekt durch die Arriviata. Die sind richtig hardcore, diese zwei Arriviata-Kurven. Das ist die eine, diese zwei Vollgas-Rechts-Kurven. Da musst du wirklich aufpassen. Diese Kurven haben sie in sich. Diese Kurven sind Hölle. Und diese Kurven, die haben keine Barmen, muss man sagen. Und das merkt man auch im Rennen. Ich würde es cool finden, wenn es die Strecke in der Form auch in Formel 1 geben würde. Aber die haben ja schon von Haus hinauf hinein gesagt. Nein, wir werden keine dieser neuen Strecken reinbringen, weil es ja nur für ein Jahr ist. Und diese ganze Kameraperspektive monatelange Arbeit ist. Genau wie es hier jetzt aussieht. Monatelange Arbeit ist. Und auch für die Highlights und so weiter. Da müsste man elend viel Arbeit reinstecken. Und ist ja eigentlich nur bis zum Ende der Season. Und dann ist ja eigentlich nächstes Jahr der gleiche Kalender wie dieses Jahr. Und ja, deswegen wird da nichts investiert. Die werden da, ich würde es auch cool finden, dass PayDLC, das ist Imola. Und jetzt geht es los mit der Race Review. Mit dem ersten Start. Warum erster Start? Weil es insgesamt drei Starts gab und zwei rote Flaggen. Und das ist so nur die Spitze des gestrigen Qualifings. Ah, des gestrigen Rennens. Es war eine, ein Augenweide. Nicht für alle Fahrer. Sagen wir mal für zwölf Fahrer, für acht eher nicht so. Hamilton hat den Start verschießen, muss man sagen. Den ersten. Und wurde da ganz, ganz klar von Bottas aus überholt. Der wurde da fast noch von Leclerc überholt. Aber weil Verstappen auch so schlecht gestartet ist. Kam so ein bisschen ein Stein ins Rollen für Verstappen. Dann im Kiesbett. Keiner wusste so recht, warum. Und ja, es hat sich dann aufgetan, dass beim Rausbeschleunigen aus der zweiten Kurve, also aus der ersten Kurve, ja, Reikon ein bisschen quer stand. Der wiederum hat, weil in der Dreierkette mit Gasly und rechts war Grouchon, glaube ich. Und das war so ein bisschen ein Ziermoniker-Effekt. Reikon hat es quer gestellt, dann Gasly ein bisschen in die Höhe gehievt. Der wiederum hat, nein, das war nicht Grouchon, das war Magnussen. Ich glaube, es war eh Grouchon. Grouchon angetaucht. Und ja, dieser besagte Kimi, der ist ein bisschen quer stand, hat dann auch noch Verstappen angeschoben. Und ja, das war schon so ein bisschen, ja, alles in einem ziemlich unnötig. Dann kam weiter vorne, also in der gleichen Kurve noch, hat es den Sands weggedreht, weil ihn da anscheinend Paris berührt hat oder so. Und der Sands wiederum, da ist Vettel reingefahren und der hat sich da den Flügel wieder runtergerissen. Es war ein Durcheinander, ein Hin und Her. Und ja, hat natürlich, wie es sein soll, ja, ich schau mal, wie Gasly hier draufhängt. Gasly natürlich dann auch draußen, nur weil Kimi so ein bisschen ein komisches, also ein ausbrechendes Auto hat. Erste Safety-Kaufhase. Nein, er hat natürlich nicht die erste rote Flagge ausgelöst. Die kam ein bisschen später. Ich will nicht sagen, von Bottas ausgelöst, vielleicht von Safety-Kam ein bisschen ausgelöst, weil sich dieses rote, orange Licht zu spät anscheinend abgedreht hat und die Fahrer ein bisschen durcheinander kam. Passierte ein fetter Auffahrunfall. Vorne die sind noch langsamer gefahren und, ja, Giovinazzi aus der letzten Kurve Vollgas raus. Ein fetter Auffahrunfall an, der ist, ich weiß nicht, ich habe keiner, er ist auf jeden Fall in einem Auto hinten drauf. Das wiederum hat ein Auto, also es ist ein Ziermoniker-Effekt. Vier Autos draußen, ja, genau, er ist, ich glaube, Grouchon, er ist Magnus hinten voll drauf gefahren. Der wiederum hat eine Berührung mit Giovinazzi und auch noch, in dem Fall war auch noch Sainz verwickelt, der auch noch reinkam. Latifi war noch dabei, der unnötigerweise die hintere Achse ausgerissen bekam. Und, ja, so ging es halt zur Sache hier. Ja, Sainz auch Vollgas, irgendwie unkontrolliert in die Cars rein. Und so weiter, also, wirklich, das war einfach nur katastrophal gestern. Das, das ist einfach, ja, das ist Racing zwar auf einer neuen Strecke oder, ja, hier seht ihr das ganze Ausmaß nochmal. Das ist, ähm, Grouchon, oder? Ja, ich glaube, das ist Grouchon. Also, der hier, ja, auf jeden Fall ein Meer der Zerstörung sieht, also, da habt ihr Sainz das Orange, der oben drauf ist, glaube ich, Giovinazzi, der ja Vollgas da reingefahren ist. Und, ja, das ist halt, und dann in Giovinazzi, der ja auch, ähm, also Magnus da hinten drauf gefahren ist, ist dann auch noch Sainz Vollgas hier so reingefahren. Und das hat das Ganze ein bisschen ins Rollen gebracht, so ein bisschen ins, ja, ins Auslaufen. Und deswegen wurde da, ja, ich weiß nicht, wem die Schuld gehört, Sainz natürlich auch draußen, alle anderen auch draußen, ähm, die Schuld, weiß ich nicht, wen man dazu zugeschreiben hat. Es ist, ich denke mal, es sind halt schon, ich glaube, die DS-Linie ist halt einfach viel zu weit vorne. Keiner rechnet damit, dass gerade mal an der Boxenausfahrt diese scheiß DS-Linie ist. Jeder dachte schon, so Bottas beschneunigt schon, und, ja, dann auf das drauf. Man hätte durch Safety Car, also durch die Box Safety Car fahren können, aber dann haben sie sich dazu entschlossen, gleich Red Flag, weil da einfach zu viele Trümmer gewesen sind, und die einfach dachten so, dass das ewig dauern wird. Dann Restart Hamilton, besser gestartet als Bottas, ein Bottas im ersten Platz wieder verloren. Der war natürlich Fuchstorffelsbild, und, ja, ist klar. Ich meine, er hat zwar den ersten gewonnen, den zweiten verloren, und dann dachte ich mir so, oh, wenn noch ein dritter kommt, dann entscheidet sich, wer heute der Startkönig ist, und, ja, der kommt auch noch, also, keine Angst, der kommt weiter hinten noch. Und, ja, hier haben wir dann die Mercedes, so wie sie leben und leben, Hamilton-Vorbot, das eigentliche Standard-Situation, und die sind dann vorne weggefahren ohne Ende. Die hatten zwar zuerst die gelben Reifen, nach der roten Flagge hatten sie dann wieder, also zuerst die weißen dann, und dann, wenn man schon fast geglaubt hat, ist es vorbei, in der 46. Runde, muss dann nochmal Carlos Sainz abheben, dann hat es die komplette Hinterachse, also er hatte einen Reifenschaden, der ist dann Vollgas in die Reifen reingefahren, und, ja, da musste er dann sogar mit den Tränen kämpfen, wir haben ja gleich den nächsten Pick gesehen. Also, weiß nicht, ob es vielleicht der Aufprall war, oder doch, die, die, die Dings, ich meine, er war vierter hinter Riccardo, die auf drei war, und war nicht weit weg, also, es ist halt schon traurig, wenn du zweimal hintereinander sucht, also, ja, dann drohte sogar noch eine Riesenkatastrophe, das Auto fing zu brennen an, und, ja, da ist der Batterie auch nicht weit weg, und deswegen hatten die da schon so ein bisschen Befürchtungen, haben da das alles aufgeschnitten, schau dich das mal an, um nur den Brand schnell wie möglich loszubekommen. Bottas fuhr eine Runde, also genau, wie kaum ein Safety kommt, in die Box rein, eine Runde später fuhr dann Hamilton rein, der ihn dann glücklich, oder, keine Ahnung, halt guterweise noch überholen konnte, aber vor dem Safety Corps rauskam, sodass er nicht als überrundet galt, also, das war schon Glück im Umblick, hier haben wir nochmal den Abflug, der war wirklich ziemlich, ziemlich heftig, muss man sagen, das war ja auf einer Vollgaspassage, und der war da auch schon mit ordentlich hohen dann drauf, rote Flagge dann wieder, zuerst dachten die so, Safety Corps, dann so, nee, rote Flagge, und, ja, dann sind sie wieder alle hier gestanden, das zweite Mal schon mit der Red Flag und, und mit dem herumstehenden Zeugs, das ist halt einfach ein Rennen, das du, glaube ich, nicht so schnell vergisst, das Rennen hat, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert, restart mit zwölf Autos, ähm, ja, Hamilton hat sich bewiesen, wieder gut gestartet, Bottas dann sogar gegen Riccardo, kurzfristig den ersten Platz, äh, den zweiten Platz verloren, und so ging es dann ins Rennen weiter, ähm, den hat er aber dann glücklicherweise wieder korrigieren können, und auch Albon hat den drittplatzierten Riccardo überholt, und holte sich endlich das erste Podium, das erst verdiente, wirklich, also, endlich, wo für Starten draus mag, konnte er endlich mal zeigen, was er kann, und holte sich ganz, ganz verdient, wie ich finde, ähm, das Podium. Ähm, schnellste Rennrunde ging dann noch an Hamilton, der sich da ein bisschen ein Fight mit Bottas lieferte, wäre so die schnellste Rennrunde zusammenbekommen. Hier hinten sind wir auch Albon, der war kurzfristig auch nah an Bottas dran, aber die haben, der hat dann nur ein bisschen Luft gelassen, dass er Vollgas eine Runde pressen kann, hat aber alles nicht gewirkt, ähm, hier seht ihr es, bis zum zwölften Platz, Out, und, ja, ähm, Räikkönen hat dann noch eine 5-Sekunden-Streife bekommen, hat aber nichts mehr dran geändert. Leclerc auf 8, Vettel auf 10 bei der Ferrari-Party, Albon verdient auf 3, und Riccardo verdient auf 4, wirklich. Empere ist leider nur 5, aber wirklich, alle, die es hier geschafft haben, kann man schon fast sagen, aber, genau, schaut euch die Reifen an, die sind 2, 4, 6 Mal, sind, manche sogar 7 Mal gestoppt, Leclerc und Räikkönen 7 Mal gestoppt, die hatten zum Schluss nicht mal mehr Reifen. Also, man muss schon sagen, die waren alle verdient, die es da ins Ziel geschafft haben. Huch, wir sind ja auch ein bisschen im, im, ja, im Dings hier drinnen, und hier saugen wir uns dran. So, dann, wir sind hier am Ende des Rennens, 8. Runde, ich möchte mal so ein bisschen Crashkurs machen, eben weil der Formel-Landstock so hardcore lang war. 8. von 18 Runden, wir kommen hier neben, neben der Motto hinaus und P4, einer ist sogar in der Box, glaube ich, oder? Nein, ist keiner in der Box. Wir holen sogar eine schnelle Rennrunde, 1,21. Mein Rennen gestern war es auch nicht so übelst schnell, die sind, glaube ich, 1,17 gefahren. Wir sind in der 9. Runde und wieder mal das Kiesbett hier, dritter Platz. Und schon langsam kommen wir auf den Vorhandsfahrräten dran. Der ist 2,9, 2,6 Sekunden, fahrt überdurchschnittlich an. Hier diese komischen Einlenkfehler, diesen Scheitenpunkt verpassen, trotz Ideallinie. Ihr seht auch hier, die Reifen, die rutschen so übelst hin und her. Also wirklich, das Auto hier ist so unkontrollierbar in manchen Kurven. Dann wieder hier bei diesen ersten und in der letzten Kurve kann man eigentlich fast von perfekter Traktion sprechen. Und zack, hier Vollgas rein in die letzte Kurve. Und oh mein Gott, der war aber sehr, sehr früh am Gas wieder. Der ist uns hier gleich mal reingedunert. Aber ich glaube, die Berührungen, die ich in diesen Rennen hier hatte, kann man nicht vergleichen. Wir sind in der 10. von 18 Runden. Ja, wir saugen uns langsam hier dran an den ersten Fahrer, der in der ersten Kurve ein bisschen weit rauskommt. Aber ich auch, also ich brauch da nicht reden. Und hier kam es dann zum Unfall. Beim ersten Wurf, er starten ins Kiesbett viel. Da hat es dann, seien es weggedreht. 10. von 18 Runden. Wir jagen immer noch den ersten Fahrer. Oh mein Gott, Alter. Und oh mein Gott, ja, da gab es eine leichte Berührung. Und hier dann beim Rausbeschleunigen viel, viel mehr Traktion und viel, viel mehr Pace. Zack. Und diese langgezogene Rechtskurve können wir gleich nutzen, um hier raus zu beschleunigen. Zack, wunderbar. Sehr schön. Und Vollgas durch diese kleine S durch. Und perfekt. Wir sind Erster, Leute, hier. Ich war sehr erfahren, so das wollte ich sagen, nicht überdurchschnittlich, sehr erfahren. Und trotzdem bin ich so übelst schnell. Aber ich habe geguckt, die Welt hat, also da gibt es nur so eine Weltrangliste, wer die schnellste Rennrunde hat. Eine 1.11. Also da fragt man sich dann sowieso schon, wir sind in der letzten Runde, das hat sich nichts mehr getan. Ähm, außer dass wir hier den ersten Platz uns beweisen konnten. Ähm, ich frag mich dann schon ein bisschen, what the fuck, was haben die getan, um, um, um eine 1.11 zu fahren? Die müssen ja dann perfektes Setup gefahren haben. Wahrscheinlich Traktionskontrolle, Stabilisationskontrolle, alles draußen. Selbst starten vielleicht sogar mit Getriebe. Und dann einfach die Runde geübt haben. Mit dem Auto hier auch, auch by the way. Ähm, haben die die 1.11er Zeit geschafft? Das ist 6 Sekunden schneller wie die Formel 1 im Rennen. Ähm, wir sind auch 42 Sekunden vor dem zweiten noch. Also ich habe die letzten 8 Runden ein bisschen was aufgedreht. Wir haben das reingewonnen. Mich würde es wirklich freuen, falls ihr Bock habt, auch mehr Formel 1, dass ihr uns hier folgt. Oder gern auf unserem 2-Kanal, der ist auch unten vorliegt. Da kommt morgen wieder eine Michael Schimmer-Karriere. Ähm, Dankeschön fürs Zugucken. Wir gewinnen das Rennen hier in Mugello. Ähm, was halt komplett aus dem Rahmen sticht. Nürburgring werden wir auch in diesem Game unter anderem fahren. Schaut gerne auf Instagram, Twitter, Snapchat und TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auch bei der HotLab, die gestern gekommen ist vorbei. Ähm, alles oben rechts verlinkt. Und bis morgen dann. Morgen kommt ein Reaction-Video und am anderen Kanal, die Michael Schimmer-Karriere. Die kam auch gestern. Schaut da auch gerne vorbei. Dankeschön fürs Zugucken. Bis morgen und ciao. Nine called. ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018